ja hallo und herzlich willkommen wie man sieht hier mein triops legt mega mäßig viele eier ab also wahnsinn schön am eierlegen ja das noch dort im panzer was man sieht das ist damals was heißt zwei wochen irgendwie entstanden und hat sich nicht mehr entfernt aber scheint nichts bösartiges zu sein ich dachte erst pilz aber naja ja auf jeden fall legt der triops hier sehr gut eier man kann das auch gut erkennen die eier schon da sieht man ja super wahnsinn wahnsinn okay bis zum nächsten